So, der Silkele Kornklebefuchs hat das hier schön befestigt gestern Abend. Das hält auch und jetzt kommt ein kleiner Probe in sein Housing. Dazu habe ich die Kante etwas abgeschnitten und das war zu lang. Jetzt bewege ich das irgendwie da relativ tief. Ich bin noch ein bisschen auf Fugel. Ich bin noch ein bisschen auf Fugel. So, das ist der. Passt. Ich brauche das oben rein. Dann werden wir closes. Dann gehen wir wieder rein. Dann werden wir wieder rein. Dann sage ich mal rein. Dann gehen wir sofort hier. Dann rekenne ich die Kanteine. Dann schief ich an. Dann schief ich gerade mal.